Herzlich Willkommen zu einem neuen Fuhrtal von mir. Diesmal in der neuen Wohnung und wir waren mit Riedel und Mikro gewesen. Und ich werde euch gerade einmal schon was aus Mikro zeigen. Genau wie Joghurt für das lichtes Mittellauf sehe ich gerade. Dann Quark, noch mehr Quark und noch einmal Quark. Dann Twist zum Abstauben. Aarefolie. Hopla, Sandwich Toast. Dann solche. Okay. Ab für sechs Mal. Dann zweimal Fisch. Dann einmal Waschmittel. Total. Edel, Stahl, Warten. Dann noch einmal Quark. Dann haben wir einen Wäscheklammersack gebraucht und Wäscheklammer. Dann haben wir einmal einen Duftdiffuser. Genau. Karotten und Erbsen. Dazu der passende Duft. Zitrusdüfte. Zitrusdüfte. Und einmal irgendwann total aktiv Mousse gegen hartnäckige Flecken. Das ist jetzt die erste Tüte. Zitrusdüfte. Und das alles haben wir in Liebe. Für die Nächten haben wir das einmal als Ostergeschenk. Zitrusdüfte. Dann Salat. Erstmal Splits. Dann zweimal so eine Käse-Twecker. Dann Sneakers-Menü. Da sind 14 Stück drin. Dann einmal Käse und Schinken. Dann Kinder Country. Solche Honigflüsse. Dann einmal Joghurt am Rand bis Tag hier. Zitrusdüfte. . Salami. Tomaten. Bananen. Dann noch etwas salziges. da diese Chips. Noch einmal Käse. Da sind die Stangen auf einmal. Dann Geflügelfleischkäse. Dann einmal Bio-Karoppen. Dann Pink Lady Äpfel. Dann einmal Rindshackfleisch. Und einmal Boulé-Positive Filet. Dann Apfelmus. Tomatensoße. Gehackte Tomaten. Dann Olivenöl. Dann getrocknete Tomaten im Öl. Zweimal Hefe. Noch einmal gehackte Tomaten. Einmal Knoblauch. Und einmal Tartarsauce. Das war auf jeden Fall alles gewesen, was wir gekauft haben. Das werde ich jetzt schnell verräumen. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss. Ja, hier ist es. Es gibt noch Sperm.